Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und ihr kennt es, wie immer, am Montag gibt es mein Wochenupdate. Daraus wird aber heute ein Quickie. Wir machen das Ganze nicht so lang, weil auf Merck bei Amazon ist die Woche einfach nicht so viel passiert. Da war nichts Spektakuläres dabei. Das Q&A wird auch etwas kürzer ausfallen aufgrund der Tatsache, dass ich ganz viele Fragen aus der vergangenen Woche schon im gestrigen Livestream beantwortet habe. Hier nochmal der Hinweis, wer das noch nicht gesehen hat, es gab einen Q&A Livestream speziell zum Advertising, auch mit meiner Visage im Bild. Über eine Stunde wurde ich da voll geballert mit interessanten Fragen. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Jetzt ist das Video auch vollständig verarbeitet. Ich werde heute im Laufe des Tages auch noch die Timestamps vervollständigen, sodass ihr zu der entsprechenden Frage einfach springen könnt. Und es ist, denke ich mal, eine ganz interessante Sache geworden, auch so als Nachschlagewerk zum später angucken, falls man dann irgendwann mal einen Advertising-Account hat. Wenn ihr jetzt in dieser Welle noch nicht dabei gewesen seid, aber hier nochmal angesprochen, also ich kann mir vorstellen, dass auch in dieser Woche das weitergeht und weitere Accounts dort freigeschalten werden. Das heißt, merkt euch das gerne vor. Zusätzlich möchte ich mich speziell bedanken beim Stefan Witschi, dem J. Krallmann, Anni, Chris Nolan, Markus Offermann, dem Krisch und Sharky, eher sie, weiß ich nicht genau. Aber all diese Personen sind Kanalmitglied in der vergangenen Woche geblieben. Ein dickes, fettes Dankeschön. Nee, nicht nur ein Dankeschön, sondern ein dicker, fetter Knutschi geht raus. Weiß ich sehr zu schätzen, diesen Support, denn es ist immer nochmal eine andere Sache, ob man davon spricht oder ob man etwas wirklich macht. Und ja, also ein dickes, fettes Dankeschön an dieser Stelle an alle Kanalmitglieder. So, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Schnelldurchlauf der Marktplätze aus der vergangenen Woche. Und da haben wir einmal Japan. Und Japan hat die übertreiben gefühlt immer. Also da kauft einfach die ganze Zeit niemand etwas und dann kommt immer so eine riesige Bestellung rein. Und das ist tatsächlich jetzt schon so häufig passiert, das ist sehr merkwürdig. Also es kommen immer große Bestellungen rein. Denn diesmal war es halt wirklich eine Bestellung, fünfmal ein T-Shirt. Aber ich hatte auch schon viele Tage, wo ich dann so mittendrin neun Sales, zwölf Sales, alles unterschiedliche Designs hatte. Also das fällt immer gefühlt alles auf einen Tag beim japanischen Markt. Keine Ahnung, fünf Sales nehmen wir mit. Damit sind wir zumindest schon mal ein Stück weit näher am letzten Monat dran mit neun Sales. Also das sieht erst mal ganz gut aus. So, Spanien. Ja, Frittes Marktplätze war diese Woche halt auch überhaupt nichts, ne? Vier Sales. Jetzt sind wir bei neun. Ja, genau die Hälfte. Was haben wir jetzt? Den 16. August. Also das könnte was werden, dass wir zumindest gleich auf mit dem Juli sind. Italien, auch ein Sorgenkind neben Frankreich. Wobei ich sagen muss, dass ich auch diesen Monat in Spanien deutlich mehr Adspend habe, als in Italien. Also dieses Monat ist wirklich Italien relativ weit unten. Nicht vom ARKOS her, aber zumindest insgesamt vom Adspend. Ja, vier diesen Monat, zwei die Woche. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, in, was ist denn das? Frankreich. So, so heißt das Land. Äh, Frankreich, ein Sale. Gut, ähm, sind wir auch genau bei der Hälfte, Mitte des Monats. Also auch die zwei Sales aus dem Juli könnten wir auch schaffen. Mal gucken. Ich hoffe ja, vielleicht wäre der sogar drei draus. Das wäre total crazy. So, deutscher Markt bin ich an und für sich sehr zufrieden. 16 Sales in der Woche. Das ist doch nicht verkehrt. Liegen wir hier auch gut vorne. Hier mal einen Tag mit sechs Sales. Das hat natürlich geschmeckt. Auch alles hier unterschiedliche Verkäufe. Eins, zweimal. Okay, der kommt wahrscheinlich eins zurück. Das ist ja meistens so diese Doppelbestellung. Äh, wenn man dann in die Analytics so vom normalen Dashboard geht, dann sieht man ja auch immer irgendwie die gleiche Farbe halt nur einmal in L, einmal in XL oder so. Ja, da kann man eigentlich immer schon davon ausgehen, dass eins zurückkommt. Aber ansonsten, die Woche war okay. Ja, auch sehr unterschiedliche Designs verkauft. Das hat mich gefreut. UK-Markt. Oh, das war nur einer. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist natürlich grauenvoll. Da hatte ich gar nicht so den Überblick. Neun diesen Monat. Eieiei, okay, da schalten wir schnell wieder weg. Das wollen wir gar nicht sehen. Und der US-Markt, ja, keine Ahnung, der dümpelt da so rum unten. Hier auch wieder ganz grauenvolle Tage. Ich glaube, hier am Samstag hatte ich insgesamt 18 Sales. Was das war, weiß ich auch wieder nicht. Ja, es ist halt August. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen mal in die Analytics rein, habe ich Hoffnung. Und zwar, meine Hoffnungen werden getrieben durch ein Design quasi. zeige ich auch gleich noch. Also, ich zeige nicht das Design. ne, aber so, 166 Sales. Also, wieder ein Rückgang leider zur Vorwoche hier. Royalties sehen natürlich gut aus. Also, Royalties per Sale. Hier auch wieder wenig Returns auf den anderen Marktplätzen. US, no, das ist nicht so toll. Was sind das ungefähr? 8% in dieser Woche. Okay, muss man mit leben. Geht eh nicht anders. Ansonsten, den Rest hier, den machen wir kurz. 101 Unique Products sold. Es war auch mal wieder ein Phone Case dabei. Übrigens hierzu, so viel kann ich verraten, das war Thanksgiving. Thanksgiving und Halloween fangen sich bereits jetzt an zu verkaufen. Drei Popsockets, auch eher ungewöhnlich. Und ab und zu auch mal wieder ein Kissen dabei. Tatsächlich hier auch unterschiedliche Designs auf den Kissen. Das macht dann auch Spaß. Gerade hier das große Kissen, das bringt immer 6,50 Dollar oder so Royalties pro Stück. Das ist natürlich cool. Fast schon wie ein Hoodie. So, Farben, wie immer, braun ist diesmal abgeschlagen. Das ist hier ein Novum. Trend ist vorbei. So, sortieren wir nochmal den Sales. Und das ist das T-Shirt, was ich meine hier mit 12 Sales, was an der Spitze ist. Da liegen jetzt so meine großen Hoffnungen tatsächlich für die nächsten Wochen drinne. Weil das ist jetzt, naja, das ist so ein bisschen saisonbedingt, sage ich mal, dieses T-Shirt. Und die fängt halt jetzt wirklich an. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch wirklich dann im dreistelligen Bereich an Sales pro Woche landen werden im September. Also jetzt im August wird es wahrscheinlich noch nichts. Ich denke mal, nächste Woche haben wir auch schon wieder mehr. Vielleicht sogar so um die 20. Und dann wird das immer weiter ansteigen. Das ist halt sehr gut positioniert. Werbung läuft auf dem Shirt sehr gut. Organisch aber auch. Und ja, also ich hoffe, dass mich dieses Shirt hier so ein bisschen mit nach oben zieht und den zumindest den September ein bisschen schmackhafter macht und jetzt so den Rest vom August noch rettet, was eben zu retten geht. So, und dann Top 5 mal 1 in Japan. Naja, das war halt die eine Bestellung da. Okay, das war es soweit zu den Sales. Wollen wir nicht in die Länge ziehen. Gucken wir uns noch mal die Werbung an, zumindest für den US-Markt. Da sieht das Ganze so aus. 229 Dollar Adspend, zumindest Stand heute. Und einen relativ schlechten Argos von 27,07%. Wird höchstwahrscheinlich noch mal etwas besser. Aber, ja, das ist ja meistens so 1%, maximal 2%, was dann noch so nachgeliefert wird, dass der vielleicht noch nach unten geht. Wenn hier die eine oder andere Bestellung fehlt, ja, die Woche halt auch nicht so gut von der Werbung her. Insgesamt aber trotzdem noch auf dem Monat gesehen wirklich sehr zufrieden. Unter 20% auf dem US-Markt. Ja, die anderen Märkte 30, so auf dem Deutschen um die 30, glaube ich, Deutscher und UK oder Spanien, weiß ich gar nicht. Und die anderen natürlich auch noch deutlich, deutlich schlechter. Ja. Aber Resümee ziehen wir dann am Ende des Monats. So, und dann kommen wir noch zu einer Sache und zwar hatte ich gar nicht mehr so viele offene Fragen, aber ich hatte noch einen Kommentar, den habe ich tatsächlich jetzt erst vor eine Stunde, zwei Stunden unter meinem Livestream bekommen und das fand ich einfach ganz interessant, weil das so ein bisschen philosophisch war und gar keine richtige Frage tatsächlich, aber ich dachte mir, da könnte man ja mal so ein bisschen drüber sinnieren, wie ich das Ganze sehe. Und zwar ging es um folgende Sache. Was mir persönlich aufgefallen ist, also ich lese nochmal vor, was mir persönlich aufgefallen ist, dass die T-Shirt-Branche arg in die BWL-Ecke abdriftet. Es geht weniger um die Qualität oder besser gesagt künstlerische Performance und Aussagekraft der Designs, sondern mehr und mehr um buchhalterische Komponenten. Designs spielen nur noch eine untergeordnete Rolle, wie mir scheint. Outsourcing der Designs, Excel-Listen, Keyword-Verwaltung und Skalierung der unsinnigsten Motive scheint auf dem Vormarsch. Das mag gut sein für das Einkommen, bringt sicher auch massiv Kohle, schwemmt jedoch den Markt mit qualitativen flüssigen Stuhlgang, dass einem manchmal echt die Augen bluten. Only in just my two cents. Ja, also generell oder fangen wir mal anders an. Die Frage ist doch, war es denn jemals anders, hätte ich jetzt erst mal gefragt, weil ich glaube, dass erst mal nur auf Merch bei Amazon bezogen, das tatsächlich niemals anders war. Also Merch bei Amazon war jetzt noch nie die Plattform, auf der man jetzt irgendwelche qualitativ sehr hochwertigen Designs gefunden hat. Also das gibt es schon auch, aber ich würde auch meinen, das ist gar nicht so Sinn und Zweck dieser Print-on-Demand-Schiene. Logischerweise gibt es Shops, die so ein bisschen versuchen, eine eigene Brand aufzubauen und auch irgendwie so ein bisschen Fashion-Designs machen und ja, das versuchen schon irgendwie sehr hochwertig zu machen, aber speziell dann wäre es vielleicht auch besser, auf andere Produkte umzusteigen. Also dann spricht man ja auch tendenziell eine andere Zielgruppe an, die dann auch mehr Wert auf die Qualität der Shirts liegen und also nicht falsch verstehen, die Qualität der Merch bei Amazon-Shirts, sie ist schon okay, so als normales Alltagst-T-Shirt, aber das ist jetzt halt keine Bio-Baumwolle oder so oder irgendein spezieller Schnitt oder so, sondern es ist halt so ein Standardding, einfach ein Standardding, was möglichst vielen Leuten passen soll, was halbwegs angenehm auf der Haut ist und eben nicht sofort einläuft und der Druck sollte halt nicht sofort abgehen. Aber insgesamt ist das ja eigentlich gar nicht darauf ausgerichtet, jetzt irgendwie besonders toll zu sein. Ist jedenfalls mein Empfinden und auch wenn man weiter zurückblickt, also in die Zeit vor Merch bei Amazon, ich sag mal Spreadshirt und die ganzen anderen Plattformen, ist es da wirklich jemals so gewesen, sag ich mal, dass es um die Qualität der Designs ging? Weiß ich nicht. Ja, also wie gesagt, auf einen eigenen Shop bezogen und manche Plattformen wie Redbubble zum Beispiel, die sind so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Redbubble ist jetzt nur auch nicht zum Big Player geworden, sage ich mal und mittlerweile findest du dort halt auch einen Haufen dieser NBA-Shirts. Aber insgesamt ist es halt schon eine interessante Sache, über die man mal nachdenken kann, denn ich glaube trotzdem, dass sich qualitativ hochwertige Designs schon verkaufen können und jeder hat natürlich auch ein unterschiedliches Verständnis vielleicht von qualitativen Designs, also da würde mich eure Meinung auch mal interessieren, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Aber so diese Standard, also selbst wenn ich jetzt einen Vektor quasi selber zeichnen lasse und der ist richtig gut gezeichnet und ich packe ein bisschen Schrift dazu oben drüber, unten drunter und packe das auf ein T-Shirt, wäre für mich jetzt einfach ein qualitativ gutes NBA-Shirt, aber hat jetzt auch nichts mit dieser künstlerischen Qualität irgendwie zu tun, wie jetzt zum Beispiel ein Maler an den Tag legt, der jetzt irgendein Gemälde malt oder irgendein Bild malt. Also ich glaube, dass das einfach an der Stelle ja dann eben nicht der richtige Platz ist sozusagen, um dann auch sowas zu verkaufen und wenn man sich mal auf Merch by Amazon wirklich auch T-Shirts anguckt, die dann auch wirklich sich gut verkaufen, merkt man ja auch dort, dass der Kunde das vielleicht auch gar nicht möchte. Also das ist ja auch immer die andere Sache. Also ich als Designer, der das Bild erstellt, kann natürlich auch sehr von der Qualität meines Bildes sozusagen überzeugt sein, aber am Ende kauft er trotzdem immer der Kunde. Das heißt, es entscheidet ja immer der Kunde, ob ihm etwas gefällt oder nicht und an der Stelle, wenn nun mal die Shirts, die einfach lustig sind und ich sag mal, ja, so umgesetzt sind, dass einem eben nicht die Augen bluten, so möchte ich es mal formulieren, aber jetzt auch keine Meisterwerke sind, aber wenn das die Shirts sind, die die Kunden haben wollen und die es dann eben auch kaufen, weil es eben ein netter Gag ist für irgendeinen Anlass, dann hat man das ja irgendwo auch selber gar nicht in der Hand. Aber, also ich finde es einfach ein interessantes Thema, darüber mal zu sprechen, vielleicht kann man das noch irgendwie auch nochmal an anderer Stelle aufgreifen. Ich hatte ja ursprünglich mal so ein paar Videos gemacht, wo ich so, naja, ein bisschen vergleichen wollte, Qualität versus Quantität, also was verkauft sich denn besser? Man muss sagen, beides kann sich verkaufen, also es kann sich wirklich ein qualitativ sehr hochwertig gezeichnetes Design auf einem T-Shirt verkaufen, aber gerade speziell auch auf dem US-Markt bezogen, es verkauft sich halt auch einfach der größte Rotz. Also wirklich Sachen, die zwar vielleicht lustig sind, aber rein von einer technischen Umsetzung her, von der Grafik, von der Aufbereitung, Anordnung und so, verkauft sich wirklich auch der größte Rotz und ja, keine Ahnung, die Leute wollen es halt haben. Aber ja, es ist nun mal am Ende ein Business, womit jetzt viele Leute auch ihren Lebensunterhalt verdienen möchten und da ist es klar, dass es eben hier irgendwo mehr auf Masse geht. Es ist halt MBA und MBA ist ein Numbers Game, also einfach umso mehr Designs du online hast, umso mehr wirst du auch verkaufen. Das ist so die einfache Rechnung und deswegen gibt es dann eben auch so viele Skalierungen, so viele unterschiedliche Variationen der unterschiedlichen Designs. Ich persönlich bin jetzt niemand, der endlos skaliert und keine Ahnung, in jeder Farbvariation nochmal das gleiche Design hochlädt, mache ich persönlich nicht. Habe ich auch noch keinen großen Erfolg gemacht oder gehabt, wenn ich das mal versucht habe, also von Designs, die wirklich sehr gut gelaufen sind, dann einfach noch versucht, ganz viele andere Versionen hochzuladen, die haben sich in der Regel einfach nie verkauft. Das ist auch keine besonders nachhaltige Strategie in meinen Augen, aber auch das kann man natürlich wieder unterschiedlich sehen. So, das war einfach mal so ein bisschen dahergeplaudert, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so darüber denkt, generell über diese Thematik und dann will ich euch nicht weiter aufhalten. Ich hoffe, diese Woche wird für alle, auch für euch besser da draußen. Achso, halt, eine Anmerkung noch, ich hoffe, es sind noch ein paar dran. Es wird auch im August nochmal ein Gewinnspiel geben, weil ich nämlich noch ein paar Preise einfach bekommen habe, die ich jetzt quasi vergeben kann und die werden auf den unterschiedlichen Merch Whisper, ich sag mal Social Media Kanälen verlost. Das heißt, es lohnt sich wirklich überall mal reinzugucken, das heißt sowohl in der Merch Whisper Community Facebook Gruppe, auf der Instagram Seite, hier auf dem YouTube Kanal und dann auch für alle Kanalmitglieder werde ich nochmal speziell was verlosen. Die sollen natürlich auch belohnt werden, dass sie mich hier supporten. Also, die Leute, die einfach überall vertreten sind, haben dann nachher einfach doppelt und dreifach sozusagen die Chance etwas zu gewinnen. Das wollte ich nur nochmal ansprechen, kommt noch jetzt im August, also seid gespannt, bleibt dabei, verpasst kein Video und dann sage ich bis zum nächsten Mal reingehauen.